Jetzt sind wir bei Neuromiel angekommen und Neuromiel hat eine ganz spezielle Energie, die den Geist beruhigt. Und du kannst herkommen, wütend, zornig, traurig, was auch immer, emotional oder im Gedankenchaos versunken sein. Wenn du dich hier aufheilst bei Neuromiel, dann wirst du ruhig, innerlich ruhig und er führt dich ganz direkt und ganz schnell in deine innere Mitte. Diese Ruhe und diese innere Mitte ist für uns alle so wichtig, letztendlich auch um gesund zu bleiben und letztendlich auch um diese Lebensfreude, die für uns alle so füllig und reich da ist, die aber selten genutzt wird, auch leben zu können aus dieser einfachen Ruhe heraus und Gelassenheit heraus. Im Prinzip eine Verstärkung zur Uriel, Stille und Ruhe. Ich könnte sogar jetzt hier mich hinlegen und schlafen, so das Gefühl kommt hoch. Hier möchte ich bleiben und mich ausruhen. Ideal.